Und wieder kleine Runde Battlefield. Ich weiß eh nicht, ob ich das Gameplay hier in dem Video verarbeiten werde. Ich wollte eigentlich nur da markieren. Ein paar gute Kills abräumen. Gucken, was man so machen kann. Runde ist noch relativ unentschieden. Look what we could have been done. Von den üblichen Stellen ein Sniper. Nein, nur Team Kameraden. Jungs holen sich gerade alles wieder. Die machen gerade gut Dampf. Das hört sich gut an. Das ist, glaube ich, eine gute Stelle für eine Spawnbarker. Offen, dass wir hier oben niemanden treffen. Ja, da war ich ein bisschen zu gierig. Aber ich habe ein volles Squad. Und die haben sich dieselben Squad-Packs gegeben. Und da habe ich wieder diesen bescheuerten Einspawn-Bug. Da geht voll die Party ab. Und auf Midrange bin ich mit der Waffe momentan noch etwas im Nachteil. Ah, die Sonne. Ah, verdammte Scheiße. Da lag der doch. Ah, ja. Ich bin mal wieder episch gut. Scheiße, woher hat denn der mich erschossen? Von da unten? Say what? Okay, da will ich nicht hin. Ich will hier hin. Okay, da steht genug Scheiß von uns, dass man sich hier hinsetzen kann. Und sagen kann, hier bleibe ich. Um hier ein bisschen zu nerven. Alter! Ist das ein Sniper von uns? Das sollte ein Hubschrauber von uns sein. Das war wohl irgendwie nicht so klug. Meine Kumpels schießen da drauf. Da ist ein LDRV auf dem Weg und da ist ein Panzer. Und ich habe hier eigentlich nichts zu suchen. Aber der da auch nicht. Okay, da gehört es mir. Der Panzer da macht mir Angst. Er hat geschossen. Das heißt, er braucht ein Stückchen. Ich habe ihn getroffen! Scheiß die Wand dann! Ich habe ihn mit der Armbrust getroffen. Alter! Jetzt habe ich dicke Eier. Und das Beste ist... Ich habe ihn mit der Luft in der Luft. Oha! Das ist ein Jeep. Das sind unsere Leute. Landen am besten mit der Armbrust im Anschlag. Ich habe ihn mit der Armbrust in der Armbrust. Ich habe ihn mit der Armbrust in der Armbrust. Ich habe ihn mit der Armbrust angenommen. Manche Leute können einfach nicht hören. Nein! So ein Drecksack. Die konzentrieren sich aber ultra auf F. Schon krass. Man hat einen feindlichen Panzer in eurem Einsatzgebiet gesüchtet. Achtung, wir haben das Einsatzziel verloren. Ich wiederhole, wir haben das Einsatzziel verloren. Over. Haben einen Panzerwehrschütze in eurem Gebiet entdeckt. Habt ihr den gekriegt? Feindlicher Panzerwehrschütze in eurem Gebiet. Da sind so Flammen. Da ist ein Kumpel von mir gestorben. Irgendjemand killt hier meine Leute. Und das finde ich gar nicht nett. Dankeschön. Wir haben einen feindlichen Panzerjäger in eurem Einsatzgebiet gesüchtet. Ein feindlicher Helikopter wurde in eurem Gebiet gesüchtet. Stücken wir einen Rück vor. Wir haben einen feindlichen Panzerfahrzeug. Over. Haben ein feindliches leichten Panzerfahrzeug gesüchtet. Over. Ah. Da kann man mit der Armbrust einfach nichts machen. Da hätte ich auf die Magnum wechseln sollen. Zu voreilig. Feindlicher Sniper. Kein Korn. Nachladen. Nachladen. Wo zur Hölle schießen die hin? Habe ich wieder diese Mikro-Lags? Ah. Da will ich euch mal was gegen machen. Yeah. Get out, my friend. Get out. Get out. Eigentlich sollte ich den getroffen haben. Sterben um mich rum Leute irgendwo? Damit ich jetzt sagen könnte, da ist die definitiv ein Gegner. Habe gerade einen feindlichen Panzer gesüchtet. Na, saugeil. Ein LEV und ein Panzer. Ich würde mal sagen, Junge, du bist stehen geblieben. Wir haben das Einsatz, den erobert. Wir haben das Einsatz, den erobert. Fehler Nummer 1 als Sniper. Stimmt. Ja, ich könnte jetzt von hinten gemessert werden. Bonus-Besichtung. Boom! Boom! Headshot! Feindliche Scharfschutz, den erobert. Hab den feindlichen Panzer gesichtet, ober. Ja. Achtung, wir haben das Einsatz zynortalisierte Obo. Au! Auf den feindlichen Panzer gesichtet, ober. Fucking Panzer. Der schießt auch noch gut. Au. Na, da war ein kleiner bisschen leck. Oh, aber ein paar schöne Kills, muss man zugeben. Naja, muss ich mir F wiederholen? Mh. Da steht ein Motorrad mitten in der Pampa. Das Motorrad ist besetzt. Warte ich, bis sie F geholt haben, oder steige ich bei G ein? F. Ja, einfach erstmal blöd dagegen drum laufen, Fehler Nummer eins machen und sich am besten abschießen lassen. Ich bin das Ziel für alle. Unterdrückt mich, sodass ich nicht schießen kann. Nicht mehr. Ja, äh, Vorsicht. Hab den feindlichen Panzer gesichtet, ober. Genau. Armbrust nachladen. Die schießen irgendwo nach da gerade aus. Aufpassen, ich hab den feindlichen Sniper in Ruhe. Reich gesichtet, ober. Ja. Get owned, my friend. Get owned. In eurem Gebiet wurde ein feindliches Fahrzeug gesichtet, ober. Achtung, das Einsatzziel wurde... Ab ein feindliches, leichtes Panzerfahrzeug gesichtet, ober. Feindlicher Zeit, aber schuss in eurem Gebiet, ober. Jetzt bin ich natürlich bei dem auf der Minimap aufgetaucht. Versichtung. Und... Einer. Irgendwo hier warst du, mein Freund. Irgendwo hier warst du. Schade, dass ich da keinen Doppelkill bekommen hab. Oh, da kann man nix machen. Es wollen meine Leute wieder zurück. Immer einen kurzen Blick auf die Minimap werfen. Ein bisschen unterdrücken. Und... Einen Luckshot landen. Ein feindlicher Leichtpanzer. Und einige Panzergebiet gesichtet. Auber. Aufpassen, ich hab den feindlichen Helikopter gesichtet. Ober. Achtung, hab den feindlichen Panzer gesichtet. Da ist ein Panzer. Und Panzer und Sniper vertragen sich nicht. Yes! Get... Rund. Ja-ha-ha-ha-ha-ha. Try to catch me. Nein! Ja, da bin ich... Ähm... Ja, stehen geblieben. Oh, jetzt nehmen wir mal viele Sniper. Können meine Leute IF wiederholen? Vor allem der Panzer da. Hm. Das könnte ich hier neu sein. Ja, mal kurz ein bisschen weniger Snipern. Au! Magnum! 80% hat er noch. Halt ich für ein Gerücht. Da hat gerade mal eine Kugel von mir getroffen, oder so. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Ah, ich weiß, dass du tot bist. Ja-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hm. F ist nicht unter our control. Don't like this. D-d-d-d-d-d. Try to catch me. I am invincible. Ah. Hm. Er verpisst sich. Wer zur Hölle schießt nach da oben? Um zur Hölle ist da jemand gestorben und da ist mein Motorrad in den Griff gegangen. Und da fährt einer Sniper-Schüssel. Nein, da ist nicht so völlig ein Medic in der Nähe. Nein, ist er nicht. Diametrie. Der Typ hat mir tatsächlich in der Luft einen harten Schuss von Buch gegeben. Zwei Zentimeter hohe Steine hindern mich daran voranzukommen. Du bist unterdrückt, mein Freund, du kannst nicht mehr schießen. Aber wo, wo, mein Freund, wo? Wir haben einen feindlichen Schusskopf, der auf die Wien gesichtet ist. Erstmal hinlegen. Und nach Hilfe schreien. Und hier ist kein Medic, also hier ist schon ein Medic, der mir aber nicht helfen wird. Oh, oh. Zu viele Leute auf einem Fleck. Mit dem Messer, das gibt's doch nicht. Und kein einziger Schuss hat getroffen. Scheiß Unterdrückung, ey. Da ist mir eindeutig zu viel Kram auf einmal los. Oh, weibliches Lichtspanzerfahrzeug. Ähm, ja. Da kommst du nicht weit mit, ähm, fucking Laservisier. Ups. Getroffen? Nein. Der ging in die reaktive Panzerung. Und die Sniper da drüben können nicht schießen. Ich hingegen schaue. Ich habe doch da drüben einen Sniper gehört. Achtung, das Einsatzziel wurde erobert. Over. Aufpassen, mach ein feindliches Leichtspanzerfahrzeug. Oh, ein leichter Panzer. Vorsicht. Ich habe ein feindliches Schaff ins Gesicht in Ober. Ja, schön. Aber ich sehe ihn nicht. Ich ver100 auch nicht, behebliche Letme, sei. Uhm? Jetzt kann ich jetzt sehr schnell den Farbenösel. Bir Marsalaus. Goten.